So Leute, euer BlackSitter und ich hab mir was überlegt. Ich hab mir einfach mal was überlegt. Erstens, ich hab langeweile. Zweitens, ich zeig euch jetzt ein bisschen was. Einfach nur, weil ich hab ein paar Sachen bei Let's Play Your Minecraft mitgekriegt. Und ich sag ganz im Ernst, ey... Ich kann euch das ja zeigen. Das ist ja nett so, dass ich ein Unmensch bin und das nicht zeigen will. Gut, das grade, was ich jetzt grade mache, ist bisschen mehr als gecheatet. Ich werd mir jetzt erst mal grade... Ihr seht, ich hab zwei Sachen reingemacht. Ich kann jetzt so viele rausholen, wie ich will. Ich kann aus der Mitte so viele rausnehmen, wie ich will. So viel Wasser, wie ich will. Ähm, ja. Ich kann alles damit füllen. Das ist... Das wollte ich euch grad mal zeigen, weil mir das aufgefallen ist. Damit kann man sich praktisch einen unendlichen Wasservorrat, egal wohin, erscheinen. Das, find ich, ist mal erwähnenswert. Dieser kleine Trick mit den drei Dachen. Weil wenn man jetzt hier jetzt rausnimmt, funktioniert auch. Also man muss halt nur mehrere Wasser zusammen haben. Dann klappt das. Dann hat man halt... Kann man unendlich Wasser generieren. So. Wenn man dann an der Seite nur rausnimmt, dann sieht man auch direkt wieder, geht's langsam kaputt. Und... Ihr seht, dann hört's auch irgendwann auf. Aber wenn ihr es richtig rausnehmt, dann habt ihr da unendlich Wasser generiert. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und bei einem Vierer, wie ihr gerade seht, kann da überhaupt eigentlich gar nichts schiefgehen. Außer natürlich, man macht den hier und fängt dann an, die Sachen hier rauszunehmen. Aber selbst da fängt das an, äh, unendlich zu werden. Außer natürlich, man setzt die Dinger hier rein. Ja. Ähm. So viel dazu. So viel mit Wasser gespielt. Ansonsten, ihr seht, ich bin über den Wolken, wird die Freiheit wohl Grenzen noch sein. Und ich hab ein bisschen was vorbereitet. Und zwar werden jetzt, war das jetzt kurz das erste Video, es wird ein Video werden aus mehreren einfach zusammengeschnittenen Videos, in denen ich euch einfach mal ein paar Sachen zeige, die ihr halt auch bei den Labyrinthen benutzen könnt. Ich mein, das Labyrinth an sich, ein Labyrinth bauen ist, ähm, mehr als einfach. Weil, ein Labyrinth an sich malt man sich gerade eine Karte auf oder man fängt irgendwie an und sagt, ja, Moment, ich will hier, äh, zwei Teils hoch, dann fange ich hier an, dann musst du hier rumlaufen, dann hab ich da, und da, so, hier kommt dann ein Weg, Moment, okay, kommt hier ein Weg, dann kann es ja wieder da lang gehen, so, dann gehst du hier lang, dann hast du hier den Weg, dazu. Also, das Labyrinth bauen ist, ähm, mehr als einfach, das traue ich euch allen zu. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die halt nicht überall stehen. Und die wollte ich hiermit jetzt klären. Also, das war Part 1 mit unendlich Wasser und Labyrinth, äh, traue ich euch zu. Part 2, Explosionsfallen kommt jetzt. So, Leute, da sind wir wieder bei, ich erkläre euch Minecraft. Ähm, ich hab überlegt, einfache Sprengfalle, okay, äh, nur bis ganz einfach, hier soll gesprengt werden, ein normaler Sprengblock nimmt 3x3 Felder mit, 1, 2, 3, das heißt, hier macht der keinen Schaden an gar nichts. So, was macht man jetzt? Man legt genau an ihn ran, legt man hier so eine Schnur. So, Problem an den Dingern ist, ich hab genau nachgeguckt, 32 Dinger kann man da maximal legen. Wenn man das länger legen will, sollte man hingehen und sollte so einen Repeater einbauen. Ich weiß gar nicht, ob die so überhaupt funktioniert. Okay, nee, so funktionieren sie nicht. Ähm, es war so. So einen Repeater sollte man dann einbauen. Ja. Der refresht das dann, das Ganze, weil hier fängt man ja mit einem Nullpunkt an. So, das Ganze kann man dann lostreten, indem man hingeht und setzt hier zum Beispiel eine Plattform rein. Und wenn ich da jetzt drauf trete, wird das hier auf Strom gesetzt. Das leitet keinen Strom. Die leitet wieder Strom. Der Strom kommt hier hin und lässt das TNT explodieren. Das ist so eine ultralange Falle. Da. Ihr seht, es ist kurz hochgegangen und... Buff. Okay, es hat ein paar Fackeln mitgenommen. Ist aber egal. Ähm. Das wird wahrscheinlich hier noch so einiges miterleben heute. Moment, ganz kurzer Schnitt wieder. Direkt wieder da. Ähm. Und zwar gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Es gibt noch die Möglichkeit, man setzt so eine Platte direkt oben drauf. Dann fällt die ab und man kann sie so aktivieren. Das heißt, man geht zum Beispiel hin, macht einen... So einen Krater dahin. Das drauf. Das drauf. Sieht man nicht wirklich viel von. Außer man schaut halt genau hin. Ja. Und an Versehen. Ist relativ nice. Man fällt rein. Man weiß erst mal nicht, was man macht, weil man die schnell genug wegsprengt. Dann. Bam. Ähm. Was gibt es sonst noch für Sprengfallen? Ähm. Ja, warte mal. Man kann da reinfallen. Man kann das so machen. Ähm. Gut. Es gibt natürlich die mieseste Art von Sprengfallen. Wenn ihr mich fragt, geht man hin. Und. Nehmen wir jetzt mal so zum Beispiel. Und. So das Beispiel. So. Hier oben kommt dann ein Weg drüber. Hier kommt dann... Was drauf. Wenn man dann hier an der Seite... Hier oben kommt so eine Drittplattform drauf. So. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man nämlich hier irgendwie kann man das zumachen. Moment. So. Gibt man zum Beispiel hin, sagt hier und hier. Legt dann hier unten Sprengstoff rein. Ja. Legt den Red Dust dann hier so an. Und wenn man jetzt von hier kommt... Moment. Ja. Sieht man gar nichts. Außer, dass da irgendwas ist. So. Wenn man jetzt hier lang läuft... Äh. Okay. Man muss den Red Dust schon dranlegen. Ich bin auch manchmal... Müsst mir vergeben. Ich nehme mal wieder nachts auf, was ich eigentlich euch versprochen habe, nicht mehr zu tun. Aber egal. So. Man springt jetzt hier drauf. Läuft ganz normal den Gang entlang im Endeffekt. Und dann auf einmal... Boom. Boom. Tod. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dieses... Dieses... Unter der Hand lang. Ohne, dass man weiß wirklich, wo... Wo es herkam oder was. Was ich gemeint habe. Das ist echt mies. Also das sind schon richtig fiese Sprengfallen. Ähm. Es gibt natürlich noch andere Arten. Es gibt noch Arten, die ich nicht kenne. Garantiert. Ähm. Was zum Beispiel auch ziemlich... Was ich jetzt mitgekriegt habe. Was ziemlich mies ist. Wenn ihr mich fragt. Ist... Ja. Tür. Ähm. Ich bereite kurz vor. Bis gleich. So Leute. Und zwar habe ich mir... Hier eine Tür geholt. Ja. Und... Ich komme jetzt wirklich hin und sage... Jo. Kommt irgendein Unwissen da an. Dann legen wir hier. Sprengstoffe. Ja. So. Dann kann man natürlich hingehen. Kann dann hier... Man kann den Red Dust doch besser verstecken und so weiter. Das ist natürlich... Kein Ding. Ja. Dann legt man da die Platte hin. Und jetzt kommt einer und sagt... Tür auf. Tür zu. Und hinten dran... Ist der komplette Weg weg. Wenn man dann auf beide Seiten was legt... Ist wirklich der Weg weg. Und... Das ist... Wenn ihr mich fragt... Nicht gerade freundlich. Also von der wegen... Also man kann da schon einiges Fieses mitmachen. Natürlich genauso mies ist. Da muss ich mal kurz mal wieder kurz cutten. Ich zeige es euch gerade. Bis gleich. So Leute. Ich habe mal kurz Location getranst. Weil da oben komme ich nicht halt hoch. So. Kurze Sache. Ich habe hier einen Gang. Normalerweise ich habe den jetzt mal auf der Seite aufgeschnitten. Damit ihr seht wie das aussieht. Wie man den baut. Ähm... Normalerweise ist es hier an der Seite natürlich auch so... Hier so... 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 Hier so. Schlecht. Das soll dir nicht passieren. Normalerweise sollte es mir nicht drüber laufen. Dann passiert das. Im Endeffekt fällt das hier dann alles auf einen runter. Und wenn man die Seiten an das Obsidian gebaut hat... Passiert eben das. Dass der Gang zu ist. Und man sich da durchbuddeln muss. Wenn das jetzt nicht gerade mit Ding ist... Dann dauert das ein bisschen. Ein Weilchen. Aber das hat gerade... Äh... Ja... Das... Hat gerade nicht sein sollen. Ist aber relativ. Ihr habt gesehen wie es aufgebaut war. Bin ich denn hier? Ach hier bin ich. Uh. Uh. Wer es erkennt? Das ist meine alte Bude. Das ist die von Steve O. veränderte Bude. Den Safe State habe ich immer noch. Oh mein Gott. Ja. Ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall... Was ich überhaupt gegen mache. Egal. Ähm. Location. Transen. Und ich zeige euch weiter was. Bis gleich. So Leute. Wieder da. Mit einem nicht so tollen Thema. Es hat jetzt gerade nichts mit dem Bauen an sich zu tun. Sondern mit etwas anderem. Und zwar... Ne. Jetzt keine Angst. Es ist nichts Schlimmes oder so. Aber... Ich muss euch eine Sache sagen. Und zwar... Ihr baut immer so gerne Mobs spawnen und so weiter. Die funktionieren anscheinend nicht. Also es ist so, dass die nicht spawnen. Das heißt... Das heißt... Da kommen keine Gegner raus. Das wiederum heißt... Es bringt nichts sie einzubauen. Das wiederum heißt... Es ist ziemlich doof. Weil... Damit was passiert. Weil... Spawnen dabei keine Gegner. Das ist mir jetzt in mehreren Spielen aufgefallen. Wenn man die selber setzt... Spawnt nichts. Also zumindest keine Gegner. Ich glaube bei Tag spawnen da sogar noch Kühe und sowas raus. Deswegen... Müsst ihr damit jetzt nicht so arbeiten. Was natürlich passieren kann... Ist wenn ihr irgendwo genau wisst... Wo ein Dungeon ist oder sonst was... Dass ihr den mit einarbeitet. Kein Problem. Dann funktionieren auch die Mobs spawner. Das ist so ein Punkt... Den ich jetzt mal ganz nebenbei ansprechen wollte. Ansonsten... Da sonst ja auch... Mit den Glaslabyrinthen und so viel gearbeitet wurde... Habe ich jetzt gesehen... Es gibt immer noch... Die einfachste Methode überhaupt... Ein Labyrinth zu machen. Wenn ihr mich wirklich hinstellt... Und sagt so... Hier durch die Tür musst du jetzt... Drüber... Musst du jetzt durch. Und du hast nur... Drei Teile. Bau. Ja? Na sagen wir 5. Sodass ich gerade so dahin komme. Ich darf ja nichts kaputt machen. So. Zum Beispiel. Das wäre ein Rätsel gewesen. Das wäre schon ein Rätsel gewesen. Moment. Die Fackel muss da wieder dran. Weil auf den Stein... Das muss nicht da sein. Das Red Dust. Das kann da sein. Das muss nicht. Allein das wäre jetzt schon ein Rätsel gewesen. Das ich nicht gelöst hätte... Weil hier ein Stein fehlt. Da. So. Jetzt klappt es. Aber so einfache Rätsel... Einfach in Anführungsstrichen. Ihr habt es bei Vodara gesehen. Er hat ein schönes Rätsel gemacht mit dem... Mit der Fackel. Die hätte er aber besser verstecken können. Sage ich ganz ehrlich. Nicht direkt mit der Kiste daneben. Sondern... Wirklich so mittendrin so eine Fackel einfach mal drücken. Und ihr müsst mir auch nicht immer... So 2 Meter bevor das Rätsel kommt... Den Rätselgegenstand in die Hand drücken. Ich rechne immer damit, dass ich dann... Am Anfang zum Beispiel eine Fackel kriege. Die ich dann... Irgendwo am Ende brauche. Sonst komme ich nicht zur Kiste. Also darf ich den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Weil ich die Fackel irgendwo an die Wand geklatscht habe. Weil ich dachte, ich brauche sie nicht mehr. Sowas kann auch reinkommen. Was war noch alles? Was war noch alles? Da waren noch ein paar andere Sachen. Ich meine... Das Rätsel hier kennen wir aus... Apfels. Sprengfallen habe ich jetzt gezeigt. Damit hat Mechan von Nia gut gearbeitet. Beim ersten Mal. Wie bescheuert. Glaslabyrinth habt ihr schon gesehen? Moment. Da musste ich niesen. Glaslabyrinth habt ihr gesehen. Die sind ja auch nichts anderes wie das hier. Hier im Endeffekt. Nur dass man hier überall Fackeln reinstellt. Dass man nicht mehr durchkommt. Ähm... Was war sonst? Ich meine, dieses Rätseln waren auch sehr schön. Das war... Fand ich auch sehr schön. Oh, da habe ich noch eine Idee, was man zum Beispiel sagen könnte. Müsste ich aber kurz, äh, wieder mal... Location transen. Bis gleich, euer Black Seat. So Leute. Location getranst und ich habe es auch direkt vorbereitet. Und zwar habt ihr hier... Zum Beispiel jetzt auch so ein schönes Beispiel. Ich meine nicht nur, dass es ein schönes Muster gibt. Ähm... Die Wege brauchte ich, um wieder hochzukommen. Und zwar habt ihr... Stellt ihr dann hier so ein Schild auf nach dem Motto. Yo, ein, zwei oder drei Grab. Die Umrandung würde ich jetzt zum Beispiel aus Obsidian machen. Ähm... Und dann zum Beispiel Grabe. So nach dem Motto. Such dir deinen Weg. TNT. Hätte ich jetzt nicht aufgepasst. Wie zum Beispiel so. Dass ich mich einfach nach unten grabe, wäre ich jetzt im TNT. Kräme nicht mehr raus, weil ich mich nirgends dran. Tot. Einfache Falle. Ich glaube, einfacher geht's kaum. Das sind so Fallen, die wollte ich von euch haben. Die will ich auch teilweise nicht haben. Ich meine, ich habe schon ziemlich intelligente Fallen und alles gesehen. Ich habe auch verdammt große und gute Labyrinthe schon gesehen. Auch die Lava-Dinger von Dizzy fand ich sehr toll. Und... Ja, an für sich. Ich meine, die Labyrinthe, die ich gekriegt habe, sind echt nice. Heißt, da muss ich mich teilweise auch echt durchfremeln. Das von Error zum Beispiel, das ist auch nicht schlecht mit den drei Ebenen. Wo man sich wirklich auf die nächste Ebene hoch suchen muss. Und man wirklich überall an Leitern rankommt und immer gucken muss. Das ist echt mies. Das ist, was heißt nicht mies, das ist gut gewesen. Die Idee ist gut gewesen auch. Ich meine, Dizzy ist auch. Und das von Wodara und Apfel waren auch nicht schlecht. Also dadurch zu kommen, das war teilweise echt... Das ist teilweise echt eine Qual gewesen. Aber es ist cool. Sowas wollte ich halt haben. Aber was halt wirklich ist, bisher halt, dass Fallen relativ arm sind. Aber es gibt ja nicht nur die hier. Die Fallen. Es gibt ja auch mehrere Sachen, die... Ich weiß nicht, ob Minecraft die so beabsichtigt hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es euch kurz zeigen. Dann muss ich mal ganz kurz wieder eine Bewegung machen. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Und ich zeige euch das jetzt. Weil das ist ein ziemlich mieser Trick. Und ich weiß nicht, wie er geht. Ich weiß es, aber es ist schwer. Und zwar... Ihr seht, Kies. Wenn ich jetzt hier oben das weghaue... Ja? Fällt hier... Das runter. Erklärung folgt sofort. So Leute, ich habe mal ein bisschen drum herum geboten. Da seht ihr es. Das ist eine verdammt geile Falle. Ja? Man würdelt hier oben... Das Ding weg. Dadurch geht die Fackel weg. Dadurch geht der Sand runter. Dadurch geht hier das rüber. Und dadurch geht da hinten der Sand runter. Wenn ihr mich fragt... Genial. Auf die Idee, das so auszunutzen... Bin ich persönlich nie gekommen. Das habe ich mir auch jetzt abgeguckt. Aber... Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht böse genommen. Ja gut. Dann sehen wir uns gleich wieder oben auf dem Dach. So Leute. Ich habe es kurz aufgebaut, wie das Ganze funktioniert. Hier unten ist eine Fackel mit... Bla. Mir fällt gerade auf, ich habe was vergessen. Komme ich so da dran? Ach verdammt. Gut. Dann kann ich es euch nochmal genauer zeigen. So. Diese Fackel... Ja. Ist... So. Jetzt zugebaut. Und hält... Diesen... Ich sag mal... Dingen... Diesen Kies hoch. Ja. So. Jetzt gehen wir auf diese Seite und sagen mal... Gucken wir uns das hier mal genauer an. Und zwar habe ich hier oben jetzt Wasser. Und... Da drunter Kies. Auch wieder. Selbe Konstrukt. Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Hier. Hinter dem Ding... Hinter den... äh... Den beiden... Senden. Sind beides Fackel. Da oben ist der Kies. Da drüber das Wasser. Wenn ich jetzt hingehe... Ja. Und schlage diesen Kies los. Äh... Diesen Sand los. Löst er den Kies, das Wasser fließt runter. Sollte jetzt unten die Fackel erlischen... Warum auch immer er dies nicht tut. Moment. Kurz mal gucken, warum er das nicht tut. Warum tust du nicht, was du tun solltest? Warum fließt er nicht hier rein? Achso, ja, okay. Das Ding hätte weg sein müssen. Moment, hier stimmt doch was nicht. Ach, eins zu weit dran. Eins zu weit weg. Das Ding muss auch weg. Und dann fließt das weg. Und dann ist hier oben... Der Typ, der hier gestanden hätte... Ja? Der wäre dann... Hier unten im Wasser gelandet. Oder je nachdem kann man das dann natürlich noch erweitern. Und da unten dann irgendwelche Fallen einbauen. Aber das ist, äh... So funktioniert das Ganze. Und... Ich habe euch jetzt ein paar Fallen gezeigt. Ich habe euch Sprengfallen gezeigt. Ich habe euch eine Menge Sprengfallen gezeigt. Ich habe... Was habe ich euch noch alles gezeigt? Gut, ich habe euch den Red Dust gezeigt. Ich habe euch die Rätsel mit dem Red Dust gezeigt. Labyrinthe kennt ihr. Ähm... Das ist jetzt alles, was ich weiß. Das könnt ihr benutzen. Müsst ihr nicht. Alles andere, würde ich sagen. Bleibt euch überlassen. Überrascht mich mit was Neuem. Ganz einfach. Guckt, ob ihr mir noch was... Ob ihr noch was kennt. Was ich hier nicht aufgezählt habe. Und zeigt mir das. Ich bin... Immer, immer wieder erfreut, wenn ich... Wieder was Neues kriege. Und ansonsten... Naja. Hoffe ich mal, dass ich... Von euch ein paar noch kreative Labyrinthe finde. Kriege. Und sagt dann... Euer Black Seed. Ciao, ciao. Von euch auf jeden Fall. COMMON A は